Telefon klingelt. Wer will was von mir? Oh, der ist schon wieder. Ähm. Hör mal, Elijah Burke. Also, ich... Meines Wissens... Oder meines Kenntnisstandes sind wir hier bei ECW. Also, wenn es hier nicht extrem ist, dann weiß ich auch nicht. Einzel-Match, nichtmals ein Hardcore-Match oder so. Also, was ist das denn? ECW-Championsschub. Als ob ich das jetzt auch... Machen wir uns nichts vor. Ich werde das Ding hier nicht gewinnen. Sag ich. Don't waste. Der Penetrier-Titel. Ja. Ist bei ECW und heute rum, dass wir nicht, dass wir zu extrem sind? Okay. Das sage ich dazu. Kriegst du von mir erstmal einen gegen den Kopf und jetzt wird ein bisschen geknackt. So, reicht auch. Ich werde das niemals gewinnen. Also ich... Das wäre von der Story ein bisschen komisch, glaube ich. Bam. So, wir warten, wenn man ein bisschen aufsteht. Ein bisschen Design-Action. Nur der kann mich abfangen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Reicht mir jetzt hier. Lass mir in Ruhe. Bam. Gelben Kopf schon. Nick Breaker. So, jetzt gehen wir fliegen. Oder auch nicht. Schnell auf. Komm. Komm, 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 komm. Und bam. Ich weiß nicht. Früher war die Action vom obersten Seite deutlich cooler. Das ist so eintönig jetzt. Der Move ist auch so komisch, naja. So. Go to sleep. Bitch. Hab ich nicht gesagt. 1, 2, 3. Ab nach Haus. Holy shit, ich gewinne echt. Lo, ich durfte das echt gewinnen? Hier ist doch was faul. Hier ist was gewaltig faul. Ich hab gewonnen, ja. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Okay. Ich darf vor Wrestlemania den Titel gewinnen. Dann bin ich natürlich auch jetzt nicht gerechnet. Ich hatte also recht gehabt. Zwölf Wochen sind es bei diesem Road to Wrestlemania-Ding. Daran hab ich mich sogar echt erinnert. Nach all den Jahren. Ich mein, ich hab das damals auch für PSP, glaub ich, durchgespielt. Oh, PSP-Zeiten. Gute Zeiten. Denver, Colorado. Jetzt 6 Tage bis zum Wrestlemania. Bis zu Wrestlemania, glaub ich. Na, dürften 6 Tage noch sein. Ist doch dann aber ein schnellerer Modus. Okay. Ey, umso schneller wir mit 2010 durch sind, desto eher bis 2011. Ich bin da nicht. Äh, 2009. Ich bin schon völlig fertig im Kopf. Nach 2009 bis 2010. Ist klar. 5 Tage bis WrestleMania. Oh yeah. Du bist ja schon groß. Kommt jetzt das Rematch? CM Punk mit Tommy Dreammaking John Morrison. Kein Titelmatch, kein Hardcore-Match, okay? Now listen. Auch geiles Lied. Habe ich jetzt den Titel um? Yep. Oh ja. Huch. Da, die aber kurz, äh... Was ist das für ein Kamerawinkel, ey? Kurz Orientierungsproblem, wollte ich sagen, aber der Kamerawinkel macht mich fertig. Also. Der macht mich fertig. A-ching. Und... Hup. Weg. What a landing. Oh, dann kriegst du links-rechts-Kombination. Oh, willst du ja so wehren. Guck mal hier. Kick. Ui, Schiri. Bisqualifikation, was soll denn das? Go to sleep. Reicht das schon? Man kann es ja versuchen, ne? Da ist das Cover. Was? Kann er es tun? Zwei. Drei. Ja, wunderbar. Das war's schon. Das war's schon. Okay. Ich trau Ich trau schon mit dem überhaupt nicht. Ich trau den nicht. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Das war's schon. Wir wollen beide an WrestleMania und das in eine Tag Team match. You know, was timing es, CM Punk? Es ist Zeit, dass ich wirklich teach Sie was die word extreme means. Und Dreamer, du bist nicht auch gut diesmal. Du brauchen mehr als ich. Du wirst. Maybe a few Suplexes on that injured mid-section. No, that would do the trick. Yeah. Any stipulation. Ja, okay. Also die Story ist jetzt... Die ist jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Steal. Ich weiß, es gibt jemanden, der will sich einen Tabletsmatch wünschen. Aber ich... Oh, Stealcatchmatch. Ja, Stealcatchmatch. Was soll's. Wrestlingmania. Wunder... Nein. Scheiß drauf. Egal. Falsch gespeichert. Scheiß drauf. Portland, Oregon, glaube ich, oder? Wrestlemania 24. Okay. Es wird Zeit. Du, 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 du. Ist mir schon bewusst. Na, wenn du das sagst. Es ist also nur ein Tag-Team-Match und nicht wirklich ein... Es geht nicht um einen Titel oder so. Puh, naja. Moment, wie... Wie läuft denn das eigentlich ab? Müssen beide aus dem Ring klettern? Oh, oh. Fuck, das hab' ich nicht bedacht. Ähm... Stealcatchmatch bei den Tag-Team-Match. Ist es so, dass beide raus müssen? Ich glaub' nicht, oder? Ey, was ist mit Test los? Was ist das hier? Oh, jetzt hab' ich Tommy Rümer erwischt. Huch. Warte, hier ist ein Breath. Kann ich den noch pinnen? Ne, das geht nicht. Bamm. Bamm. Ja, aber das... Die Verletzung bin ich doch nicht nur verantwortlich, ne? Stehst du auf. Go. Go. Sleep. Kann ich jetzt hier rauskriegen? Na klar. Tommy. Tommy Dreamer, was soll'n das? Oh, shit. Mach den fertig. Oh, shit. Okay, das wird ein... Das wird ein... Das wird ein anderes Ratsch. Na, das wird ja witzig. McBroker. Oh, der ist kaputt. Warte, wieso steht der wieder auf? Was ist das für ein... Für ein Crackert? Oh, shit. Go to sleep. Mensch. Tommy Dreamer, wüsst du nicht, wo ich mit Elijah Burke fertig bin? Was ist denn los mit dir? Oh, did you see that? He drops the elbow. A Bulldog. Smashing the opponent's ball into the ground. He's making a break for it, JR. So, Tommy. Oh, nein. Komm, komm, komm. Stückchen noch. Stückchen noch. Oh, shit. Finishing. Guck mal, Elijah ist ja schon... Ach, Elijah schon. Tess ist so am Blut, ne? Der kann doch gar nicht mehr. Hallo, lass mal einen Freundin ruhen. Ich warte jetzt, bis er rausgekültet ist. Noch jemand? Müssen beide rausklettern oder nur er? Habe ich gewonnen? Holy shit, jetzt müssen echt beide rausklettern. Na, das wird ja witzig. Na, komm. Na, komm. Gewonnen. Okay, war ein cooles Match. War witzig. So nämlich. Ich dachte, der ist verletzt. Und der Cage wird runtergefahren. Okay, cool. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Gut. Bonus-Match. Er hat schon gelb im Kopf, dass er schon fast kaputt wäre. Ich glaube nicht, dass Dreamer eine Chance hat. Naja. Jeder für sich selbst, ne? Steh auf, komm, steh auf. So, go to sleep, nach oben klettert und wir gehen nach Haus. BAM! War Westerbender 24 nicht, äh, Asking Undertaker und Rick-Flagging Shawn Michaels? Ich glaube schon, ne? Och, geil ist Westerbender. So. Und tschüsschen. Aber war ein Quickie. Sehr schön. Das war ein schnelles Match. Ey, er hatte seine Chance, aber ich bin einfach zu gut. Das wär's dann auch gewesen. Das war zwei WrestleMania-Winns in einer Nacht für CM Punk. Ist das Dejah-Vu, JR? Dreamer sieht hart. Ich hoffe, er ist okay, King. Aber das waren zwei Slavernocker-Matches in einigen. Oh. Tommy Dreamer ist auf seine eigene, aber er ist sicherlich nicht glücklich. Ich habe das Konfetti. Die zwei haben großartig Respekt für einander. Und die Fans haben großartig Respekt für sie. CM Punk. Ein kurzer, aber sehr knackiger. World-Wrestle-Mania-Modus. Das war's schon. Oder? Jep. Ist hier ein Punk-Story ist durch. Bleiben noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles klar. Das war's.